Modell 27 Modell 27, alles klar Modell 27, Modell 27, Modell 27, Modell 27, per Mutgriff Modell 27, 27, 27, da, 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 da Ah ne, das ist Walnuss, ah Hab jetzt nur auf die 27 geachtet Ah, da ist auch nochmal ne 27 Jawoll War das der einzige? Ja, anscheinend Na, hoffen wir nur mal, dass er nicht irgendwie uns verarscht Hauen wir ab Als Ziel festlegen Kann ich ganz stylisch driften Nein, leider nicht Egal So Bitte, Faderkünste, bleibt noch ein Weilchen bei mir Oh, war das geil, oder was? War das geil? Das sind doch die besten Faderkünste überhaupt Scheiße Das war mit Absicht Eigentlich Es geht Ich sollte ernsthaft langsam fragen Scheiße Verdammt Kann ich ja eigentlich auch Autos abziehen Alles klar, jetzt Alles klar, jetzt Die nächste links abbiegen Davon treibst du Ich pack nur sicher ein Das ist mal geil, selbst die Polizei zu spielen Anstatt aber von der gejagt zu werden Was zum Teufel Oh nee, komm schon Jetzt muss ich auch noch über ne bescheite Brücke fahren Ich dachte, ich kann da so durch Ah, war voll mit Absicht Ich habe fast Menschen überfahren Er lebt noch 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 Ja, er lebt noch Oh mein Gott Und go Volle Kanne Volles Ruhe Gib ihn richtig Alles klar Da komm ich durch Da komm ich durch Da komm ich durch Oder auch nicht Gut, jetzt weiß ich wenigstens Wie ich hier Die Sirene anmachen kann Vorsichtig, vorsichtig Bist du bescheuert Du Hier Bis dem Weg Halt so Sorry Der Wagen sieht hier sauber heute aus Ist er neu? Nein, mit Per Woll gewaschen Schröders Apartment Hat eine Tür einen goldenen Türgriff Kannst du ihn durchgehen Untersuche einen Briefkasten Um die Apartment Nummer Einer verdächtigen Person herauszufinden Schröder, da ist er Nummer 2 Schröder Apartment 2 Ist klar Habe ich die Pistole oder so Kann ich schießen? Kann man hier in den Game World schießen? Das ist ja Apartment 2 Aufmachen, Drogenverhandlung Was wollen Sie? Ich bin Officer Cole Phelps Das ist Officer Dunn Wollshire Division Du bist der Chef von Smith & Wesson Model 27 Nickel platt mit Perlgrips Ich bin Was davon? Dann werden Sie überrascht Ich muss wissen, dass Scooter Payton heute Abend getötet wurde Mit Ihren Räumen Du bist aus deiner Meinung Scooter, er arbeitet für mich Ich habe die Räumen hier in meinem Schraube Was ist hier passiert? Du bist unter Arzt, Schröder Keine Chance Du hast mich nicht für das Ach du Scheiße Komm her Meine Kopfbedeckung Niemand Haut mir meine Kopfbedeckung vom Kopf Du Spaß Ich gebe dir gleich Zehn Jahre Ghetto Was los? BAM Ralf Ralf Du bist okay? Ich bin okay Ich habe es gut Ich habe es gut Ich habe es gut Er ist glücklich Er hat mich aus dem Schraube Ja, überraschend Komm, du bist eine Lusche Habe einen Augenblick Ralf Ich werde einen Kopfbedeckung Ja, aber Das hat mich ernster verwundert Er ist ganz normal an seinen Teil gegangen So, als wenn er wirklich die Waffe da hatte Aber dann hat er angefangen zu schlagen Hätte er gar nichts gemacht Dann hätte ich eher gedacht Dass er irgendwie unschuldig ist Aber sonst Naja, was soll's Also, vielleicht finde ich hier noch irgendwie Hinweise